Das Wiesegrader Gebirge ist ein Bergzug am Donauknie. Geografisch gehört es zum nördlichen ungarischen Mittelgebirge, das sich mit dem Wiesegrader Gebirge westlich der Donau fortsetzt. Es ist nicht Teil des transdanobischen Mittelgebirges, an dessen östlichsten Ausläufer, das Pilesgebirge, es direkt angrenzt. Von diesem ist es durch die beiden Bäche der A-Patak und St. Liliki-Patak abgetrennt. Das Wiesegrader Gebirge liegt auf einer Linie zwischen den Orten Pumaz, einem Dorf nördlich von Budapest und Estergom. Der Name des Gebirges leitet sich von der Stadt Wiesegrad im Komitat Pest ab. Die als eine der ältesten Städte des Landes von archäologischer Bedeutung ist Geomorphologie. Die Entstehung der Gesteine im Wiesegrader Gebirges begann vor etwa 200 Millionen Jahren. Im Trias setzten sich größtenteils maritime Ablagerungen, aber auch Sedimente aus Trockenperioden ab. Die Gestaltung der heutigen Oberflächenform erfolgte vor ca. 14 minus 15 Millionen Jahren im mittleren Miozien durch Vulkanismus. Die vorherrschende Gesteinsaat ist Andesit. Somit gleicht die geologische Struktur des Wiesegrader Gebirges derjenigen des Birzsöni. Die Formen kleinerer Vulkankegel und Lackolyten sowie eine mächtige Caldera sind heute noch rekonstruierbar. Anhand der Chronologie der Eruptionen lässt sich die Gesteinsbildung in zwei Phasen einteilen. Einen Teil der älteren Gesteine machen dicht unter der Oberfläche erkaltete Ganggesteine, Subvulkane, Körper oder Lavadome aus. In diese Entstehungsperiode fallen außerdem Extrusionen sowie Vulkanschutt, der sich gebildet hat. Als bei Eruptionen das aufsteigende Magma auf Grundwasser traf. Es kam vermutlich zu heftigen Explosionen, als das Magma mit Karst und Schichten Wasser in Berührung kam, da die Gegend mit Pyroclastika hauptsächlich Ignenbred bedeckt ist. Die in dieser frühen Phase gebildeten Gesteine sind vor allem Zusammensetzungen aus Andesit und Dazit. Das gehäufte Vorkommen dieser Gesteinsarten ist zum Beispiel bei den Bergen Strasserhegi, Lenxhegi, Beabushegi oder der Cesodihegi bei Donabogdani nachweisbar. Die spätere Phase der vulkanischen Gesteinsbildung lässt sich in zwei Unterphasen gliedern. Zunächst entstanden Vulkanheit, die Pyroxen und Amphibol Andesit enthalten. Sie sind auf pyroklastische Ströme zurückgehenden Sedimente sowie Blocksedimente. Auch Bimsstein ist dort manchmal zu finden. Die Überreste eines eingestürzten Andesit-Schicht-Vulkans mit einem Durchmesser von etwa 10 Kilometer ziehen sich bis zum ca. 700 Meter hohen Bergrücken des Dobogurkohen. Sie sind mit kleineren und größeren Unterbrechungen beim Ur-Agg-Aststall bis zum Nagi-Villam identifizierbar. Produkte späterer vulkanischer Aktivitäten sind der 639 Meter hohe Gipfel Predikaloschek und die Felsformation Vardalok-Hövik in der Nähe von Dömeus. Die zweite Unterphase wird durch den Schicht-Vulkan beim Käse-Ruh-Hägi repräsentiert, dessen Überreste nach den Absenkungen beim Predikaloschek, Käse-Ruh-Hägi und im Lebensteil vom Ur-Agg-P-Hägi und auch noch beim Matöas-Hägi zu finden sind. Der Käse-Ruh-Hägi entstand vor 14 minus 16 Millionen Jahren. Der Großteil des Gesteinsmaterials ist 14 Millionen Jahre alt. Bis zum Pleistozen war das Gebiet frei von Sedimenten. In der letzten Eiszeit lagerte sich dort Löss ab. Auch das Donauknie gehört dem Gebiet des Wiesegrader Gebirges an. Die Donau, die bei Wiesegrad und beim Börzsöni auf einer Höhe von 200 minus 300 Meter fließt, hat dort tiefe Schluchten aus dem Gestein ausgehöhlt. Einer Theorie zufolge handelt es sich um ein eckbigenetisches Durchbruchstall, allerdings sprechen auch viele Argumente gegen diese Annahme. Die Topografie des Wiesegrader Gebirges unterscheidet sich in mehreren Aspekten von der Oberfläche des Piles. Die Zahl Schrofferbrüche und tiefer Schluchten ist geringer. Allerdings befinden sich auch im Wiesegrader Gebirge einige imposante Schluchten wie zum Beispiel die Ramschlucht. Die Höhlensysteme sind ebenfalls kleiner sind als im Pilesgebirge. Weiterhin zu erwähnen sind Strukturen freiliegender Andesit-Felsvorbrünge, aus denen Wind und Regen oft bizarre Formen geschliffen haben. Beispiele hierfür sind unter anderem am Kohägi zu finden. Höhlen Insgesamt sind im Wiesegrader Gebirge 75 natürlich entstandene Höhlen zu finden. Sie sind keine Karsthöhlen wie die meisten Höhlen im Piles. Ihre Gesamtlänge beträgt 512 Meter. Die sieben künstlich geschaffenen Gänge sind zusammengerechnet 513 Meter lang. Die meisten Höhlen befinden sich mit einer Anzahl von 24 bei Dömmels, Pumatz und Szentendreh. Höhlen mit einer Länge von mehr als 10 Meter Lebensraum. Das Wiesegrader Gebirge ist niederschlagsreicher als das Piles und die Durchschnittstemperatur ist etwas niedriger. Daher gibt es mehr Wasserläufe, die Niederschläge in die Senken des vulkanischen Gesteins transportieren, wo sich Tümpel und kleinere Seen bilden. Diese stellen wertvolle Biotope dar, wie zum Beispiel der Runde See im Bubanatal. Die zonalen Waldgesellschaften weichen kaum vom Piles ab. Auch hier wechseln sich Eichenmischwälder, Traummeichenwälder und Buchenwälder an den Berggipfeln ab. Allerdings sind die für das Pilesgebirge typischen Böden von geringer Tiefgründigkeit im Wiesegrader Gebirge nicht zu finden. In den Buschwäldern an den steileren, stärker exponierten Hängen fehlt die Steinweichsel. An den wärmeren Berghängen sind dagegen Kalkmeitende Eichenarten vorherrschend. Im Wiesegrader Gebirge vorkommende Pflanzen sind zum Beispiel die Sumpfständelwurz und die Sumpfkratzdistel. Die Fauna der beiden Mittelgebirgsregionen ist mit Ausnahme einiger Gliederfüßer übereinstimmend. Unter den Wirbellosen sind die rote Röhrenspinne, die sehr seltene große Seegeschrecke und die endemische große Plumpschrecke zu nennen. Es gibt auch zahlreiche Schmetterlingsarten. Außerdem sind der Steinkrebs, die Bachschmäle, der Grasfrosch, die Würfelnatter, die Ringelnatter sowie die Johannisechse erwähnenswert. Weiterhin kommen einige seltene Fledermausarten sowie Wildkirzen vor. Es sollen auch Luchse angesiedelt worden sein. Zur Vogelwelt gehören unter anderem die Zipammer, der Kolkrabe und die Wasseramsel. Unter den selteneren Raufvögeln sind der Sarkerfeike, der Zwergadler, der Schwarzmillan, der Schlangenadler und der Wespenbusart zu finden.